Wir sind da komplett außen vor. Das interessiert niemanden, dass da in eine Datenbank gespeichert werden muss. Das sind also Themen, die fallen da schon mal raus. Stattdessen kann man sich auf das konzentrieren, was den wirklichen Mehrwert bringt, nämlich eben diese fachlichen Aspekte. Herzlich willkommen, mein Name ist Thomas Sinnwellen. Ich habe heute Michael Bub zum Gast. Nimm doch bitte Platz. Hallo Thomas. Hallo Michael. Gemeinsam haben wir einen Podcast zum Thema Domain-Driven Design produziert. Sag mir doch bitte mal, was steckt denn hinter diesem Begriff? Ja, Domain-Driven Design ist eine Art von Design, die sehr schwer geprägt ist durch die Domäne oder ausschließlich dadurch geprägt wird. Und das meinen dann die Anwendungsdomäne? Das ist die Anwendungsdomäne, genau. Das heißt, man spricht in der Regel sehr intensiv mit Fachleuten, die sich da sehr gut auskennen und versucht eben mit diesem Menschen gemeinsam ein Modell zu entwickeln. Das heißt, man spricht erstmal natürlich allgemein, was müssen wir überhaupt tun, welche Probleme gilt es hier zu lösen. Man muss aber dann auch die Sprache dieser Menschen verstehen. Also wenn man darüber nachdenkt, zum Beispiel das Wort regelmäßig im Umgangssprachlichen hat eine ganz andere Bedeutung, als wenn das ein Jurist verwendet. Das heißt, hier muss ich erkennen, wenn der Jurist sagt regelmäßig, dann hat es eine ganz andere Bedeutung, als das, was ich jetzt als normaler Entwickler annehmen würde. Das heißt, diese Probleme und Fallen, die müssen wir hier in Gesprächen ausräumen, damit wir dann letztlich ein Modell erstellen können, das das Problem akkurat beschreibt. Ja, das heißt also dann, wenn ich dich richtig verstehe, man braucht eine möglichst präzise gemeinsame Sprache, die dann sowohl die Softwareentwickler als auch die Fachleute sprechen, um ja letztendlich was zu schaffen. Ja, letztlich versucht man ja eine Anwendung zu entwickeln, die nicht nur das tut, was die Entwickler letztlich verstanden haben, sondern man versucht ja eine Anwendung zu schaffen, die wirklich das tut, was mal ursprünglich gefordert war. Und daher ergeben sich diese intensiven Gespräche und mit dem Hintergrund eben das wirklich sehr genau einzufangen und abzubilden. Das heißt also, das zentrale Ziel von Domain Driven Design ist eine möglichst optimale Abbildung der fachlichen Anforderungen. Genau, so könnte man sagen. Man will es wirklich akkurat haben und dann einfach in Software gießen können, um zu sagen, ja, also was wir entwickelt haben, das entspricht unser aller Verständnis davon, wie dieses Problem aussieht, das wir lösen möchten, also sowohl Entwickler als auch die Fachleute. Okay, ich denke so Vorteile jetzt für den Auftraggeber sind da vielleicht an der Stelle erstmal offensichtlich. Jetzt aus einer ganz egoistischen Sichtweise der Softwareentwickler. Was für Vorteile habt ihr denn bei der Anwendung dieses Modells? Also für mich persönlich muss ich sagen, ist das Besondere daran, dass es sich wirklich sehr auf die Fachlichkeit bezieht. Also technische Aspekte sind da komplett außen vor. Das interessiert niemanden, dass da in einer Datenbank gespeichert werden muss. Das sind also Themen, die fallen da schon mal raus. Stattdessen kann man sich auf das konzentrieren, was den wirklichen Mehrwert bringt, nämlich eben diese fachlichen Aspekte. Und im Vergleich zu einer Entwicklung, die man vielleicht vorher so gemacht hätte, da ist es eher unüblich, dass man diese Fachlichkeit so im Fokus hat. Also da gibt es natürlich auch Stellen, die mit Fachlichkeit zu tun haben. Die ist aber häufig so ein bisschen undefiniert verteilt in der Anwendung. Und dadurch, dass man dieses Domain-Driven-Design durchführt mit einem Modell, das hinten rausfällt, hat man diese komplette Fachlichkeit an einer Stelle zentral liegen, was es sehr einfach macht zu verstehen, was für Objekte spielen da eine Rolle und wie interagieren die zusammen und was können die überhaupt. Also ein Produkt kann ich das kaufen, verkaufen, versenden. Das wird mir sofort klar, wenn ich in diese eine Beschreibung der Domäne hineinschaue. Gut, und wenn man sich jetzt diese Kernfachlichkeit dann anschaut, dann hat das doch auch noch einen ganz wichtigen Nebeneffekt. Diese Systeme, die gebaut werden, sind doch dann auch sehr gut wartbar. Ja, natürlich. Also wie ich gerade eben sagte, damals, in allen Zeiten, da hat man die Fachlichkeit vielleicht ein bisschen wild verstreut im System. Da gibt es dann irgendwelche Services, die arbeiten dann mit diesen fachlichen Klassen zusammen und verändern die irgendwie. Das ist dann eher schwammig und schwer wieder aufzufinden, wenn man mal danach sucht. Und im Punkt der Wartbarkeit hat es halt wirklich diesen Vorteil, dass die zentrale Stelle der Fachlichkeit wirklich eine zentrale Stelle ist. Da heißt, ich weiß genau, wo ich nachschauen muss und ich habe sofort einen Blick für ein spezifisches Ding, wie zum Beispiel ein Produkt eben. Das bringt seine Operationen, sein Verhalten gleich mit. Ich sehe sofort, was es kann, was es nicht kann und muss nicht auf die Suche gehen in der Software nach irgendwelchen vielleicht sehr weit entfernt liegenden Methoden, die irgendwas mit diesem Produkt anstellen. Besten Dank, Michael. Das war es für heute. Ich hoffe, dass es uns gelungen ist, euch das Thema Domain-Driven-Design etwas näher zu bringen. Mir hat es viel Spaß gemacht. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie bitte in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.